Ich habe eine Kreatur im Keller. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es vor einigen Tagen gefangen. Das ist ein Tier. Wie lange kennen wir uns denn? Wie sieht es denn aus? Naja, es sieht menschlich aus. Eine Gestalt eines Kindes. Ja, wir können ja jetzt einfach runtergehen. Ganz leise. Machen ganz leise die Tür auf. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, danke. Scheiße. Was ist denn alles recht? Es ist weg. Es ist ausgebrochen. Hey, guck dir das an. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Alles klar. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020